Musik Salü, bienvenu mis ami, hier ist Cooles Film Welt, mit großem Dank an Studiokanal Home Entertainment, Lebe Art House, denn ohne diesen tollen Filmverleih könnte ich das heutige Video nicht in der Art produzieren, wie es hier letztlich zu sehen ist. Diese Filmrezension heute ist mir persönlich sehr wichtig. Warum? Tja, die Hauptdarstellerin ist einfach einzigartig. Diese kenne ich bereits aus meiner Kinderszeit als Sängerin und sehr viel später ist sie mir als Schauspielerin enorm positiv aufgefallen, denn sie beteiligt sich immer an so Filmen, die nicht darifari sind, sondern wirklich eine Qualität an den Tag wägen. Die Rede ist von Nene Renaud, einer französischen Sängerin und eben auch Schauspielerin, die heute schon sehr betagt ist. Vor kurzem feierte sie immerhin ihren 95. Geburtstag und dennoch nichts von ihrem Charme als auch von ihrem Können eingebüßt hat. Ganz im Gegenteil. Wenn man den Namen Nene Renaud im Zusammenhang mit Filmen hört oder liest, weiß man von vornherein, dass man gutes französisches Kino bzw. gute Fernsehfilme geboten bekommt, die einfach anspruchsvoll sind. Leider nur ist es selten der Fall, dass ihre Filme es deutsch synchronisiert bis nach Deutschland schaffen und daher war ich voll aus dem Häuschen, als ich Ende 2022 mitbekam, dass ihr neuesten Kinofilm wohl auch nach Deutschland kommen wird. Ich spreche hierbei von Im Taxi mit Madeleine. Im Dezember 2022 konnte man dann schon die ersten Träder dazu sehen, natürlich in französischer Sprache, da der Film zu der Zeit in den dortigen Filmtheatern anlief. Und was ich darin hörte und sah, ließ mein Herz höher schlagen. Umso glücklicher war ich, als ich plötzlich auch deutsche Film-Vorschauen zu Gesicht bekam, wo ich definitiv wusste, dass wir auch in Deutschland in den Genuss kommen werden, diesen Film sehen zu können. Die Story erzählt die Geschichte einer über 90-jährigen Frau, die durch gewisse Umstände gesagt bekommen hat, dass es für sie besser wäre, in ein Altenheim zu ziehen. Sie beugt sich dem, doch bevor sie dieses letzte Kapitel ihres Lebens beschreitet, will sie zuvor noch einmal ihr Leben Revue passieren lassen und an alle ihr wichtigen Orte fahren, die ihr Leben geprägt haben. Deshalb ruft sie sich ein Taxi. Doch als der Taxifahrer Schal von der Zentrale mitgeteilt bekommt, wie weit weg das vom Schuss ist, ist er nicht sehr begeistert. Denn ihm selbst geht es momentan familiär, als auch besonders finanziell nicht sehr gut. Er ist generell irgendwie überarbeitet und ziemlich depred drauf. Er lässt sich allerdings breitschlagen, als er durch Funk erfährt, dass er ab sofort den Taxi-Sailer einschalten soll. Im Taxi sagt ihm Madeleine dann, wohin die Fahrt gehen soll. Und zwar durch quasi ganz Paris. Schal ist bei dem Gedanken daran dann irgendwie vollkommen genervt, da ihm klar ist, dass es kaum ein Durchkommen auf Paris-Straßen gibt. Und dann fängt Madeleine auch noch von sich aus an, von ihrem Leben zu berichten, wo Schal denkt, ach man, nee, das nicht jetzt auch noch. Doch notgedrungen hörte er natürlich zu, und das, was sie ihm mit der Zeit erzählt, lässt ihn selbst in seinem Wesen allmählich ruhiger werden. Ja, sogar nachdenklich. Es scheint mitunter fast so, dass er merkt, dass er nicht alleine ist. Dass es auch andere Menschen gibt, mit sogar schlimmeren Ereignissen im Leben, als er sie hat. Denn das, was Madeleine ihm erzählt aus ihrem Leben, ist keine leichte Kost. Wer unter euch bereits den Trailer gesehen haben sollte, der darf partout nicht denken, dass es sich, wie so oft, um eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Darauf stütze ich im Taxi mit Madeleine zu keiner Zeit. Diese Zeit ab 1944 spiegelt Madeleines eigenes, persönliches Leben wieder, und das ist dramatisch genug, wie man mit der Zeit mitbekommt. Man taucht in Abgründe ein, wo man als Zuschauer denkt, wenn man im Nachhinein sieht, was das Leben so mit sich bringen kann, mein Gott, wie kann ein Mensch das aushalten und jetzt mit über 90 so klar und scheinbar ungebrochen darüber berichten. Es ist ein Film, der nachdenklich stimmt, jedoch ohne selbst den Mut fürs Leben zu verlieren. Ganz im Gegenteil. Er lässt einen selbst stärker werden, auf sein eigenes bisheriges Leben zurückschauen und merken, dass man viel stärker ist, als man selbst aufs zu glauben scheint. Letztlich geht man gestärkt aus diesem Film heraus. Kraftvoll. So ging es jedenfalls mir. Die Chemie zwischen Dean Renaud und Danny Boone ist einmalig. Und obwohl der Film nur eine Stunde 30 läuft, hat man das Gefühl, dass er sich Zeit lässt. Im positiven Sinne. Denn Charles ist zum Anfang, wie gesagt, doch sehr gestresst, doch man merkt, in angemessener Zeit, wie er sich zu entspannen beginnt, er selbst Zeit findet, sein eigenes Schicksal innerlich zu überdenken. Es wird ersichtlich, wie er zugänglich wird, aus klaren Beweggründen. Bevor ich selbst diesen Film zu Gesicht bekam, las ich viele Kommentare und Rezensionen auf diversesten Foren. Viele schrieben, dass sie der Film dermaßen ergriff, dass sie weinen mussten. Und wenn ich sowas schon lese, stelle ich persönlich mich darauf ein, überhaupt nicht heulen zu müssen. Doch der Film hat es verstanden, solche Wendungen mit einzubauen, dass selbst ich mich dessen nicht mehr erwehren konnte und schließlich Rotz im Wasser heulen musste. Im Taxi mit Madeleine ist im Grunde ganz schlicht gestrickt und doch von einer Eindränglichkeit, dass ich wieder einmal mehr weiß, warum ich französische Filmemacher so enorm schätze. Sie verstehen es wie sonst niemand, eine im Grunde simple Handlung derart zu verpacken, dass man nie das Gefühl bekommt oder will aber jemand mal wieder voll Hollywood-like auf die Tränendrüsen drücken oder generell besonders too much wirken. Ich weiß nicht, wie ich es mit einem Wort ausdrücken soll, aber die Franzosen haben es einfach voll drauf, wenn es um Genre-Film geht. Chapeau. Schaut euch diesen Film wirklich unbedingt an. Ihr werdet es nicht bereuen. Und bitte seid nicht böse, dass ich nicht näher auf die Handlung eingegangen bin, denn dann hätte ich aber sowas von gespoilert und das soll nicht sein. Lasst daher den Film einfach auf euch wirken. Und wenn ihr den Film geschaut habt, lasst mich wissen, wie er euch gefallen hat, okay? Bis dahin, Salüa ben Tomizami. Eure Kulle. Eure Kulle.